Für diese Meditation such dir einen ruhigen Ort, mach es dir bequem, setz dich so hin, dass du für die nächsten paar Minuten in die Ruhe kommen kannst. Du darfst diese Meditation auch sehr gerne im Liegen machen. Dann nimm dir vielleicht eine Decke, dass du dich schön warm halten kannst. Und dann schließ gerne die Augen und dieser Moment ist nur für dich. Du darfst die nächsten Minuten zur Ruhe kommen. Atme bewusst zu Beginn dieser Meditation nochmal tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Kreise vielleicht nochmal die Schultern ganz fest zurück. Und wenn du diese Meditation liegend machst, dann streck dich vielleicht auch nochmal kurz. Und mit jedem Ausatmen lässt du ein Stück mehr und mehr alles los, was im Moment gerade gehen darf. Alle To-Do's, alles, was noch im Kopf rumschwirrt, kannst du dir vorstellen, wie als wären es Wolken, die jetzt mehr und mehr vorbeiziehen. und dann stell dir vor, dass du vor dir ein Horizont siehst, eine wunderschöne Landschaft. Und diese Landschaft beinhaltet unglaublich viel Ruhe. Vielleicht hörst du Vögel, die zwitschern. Vielleicht hörst du einen Bach, der plätschert. Und jedes Mal, wenn Gedanken kommen, wenn alles, was im Alltag gerade los ist, auftaucht, dann stell dir vor, dass in dieser Landschaft die Wolken mit all diesen Gedanken vorbeiziehen. Das ist dein Moment der Ruhe. In dieser Landschaft siehst du, wie wunderschön die Sonne strahlt und scheint. Und du schaust zur Sonne und jeder Sonnenstrahl, der dich erreicht, fühlt sich warm, golden und voller Energie an. Und dann stell dir vor, dass dieses Sonnenlicht deinen ganzen Körper auftankt mit neuer, frischer, wohltuender Energie. genau das, was du jetzt brauchst. Es fühlt sich wunderbar an, diese warme, wohltuende Energie. und dein ganzer Körper ist erfüllt von dieser kraftvollen, frischen Energie. Du fühlst dich unglaublich aufgetankt, erholt. Und in dieser Erholung, in dieser Ruhe verabschiedest du dich von dieser Landschaft. Du kannst jederzeit zurückkehren, wenn du das möchtest. Du verabschiedest dich, kehrst langsam zurück ins Hier und Jetzt. Beginnst, deine Finger zu bewegen, deine Schultern zu kreisen. Vielleicht streckst du dich nochmal so richtig. und dann öffnest du die Augen. Du fühlst dich erholt und frisch und bist zurück im Hier und Jetzt.